Hör rein. Da staunst du, weißt du? Was willst du denn hier? Ja? Herr Müller, schön, dass Sie zurückrufen. Folgendes, ich hab Ihr Angebot geprüft und das können wir so machen. Dann schicke ich den Vertrag noch heute raus. Auf Wiederhören. Geschäfte laufen gut, was? Das ist die Finger von meinen Unterlagen. Okay, okay. Also? Wie deine Mutter, nicht lang drumherum reden. Was willst du? Also wie du weißt, verdiene ich mein Geld damit, Aktien zu kaufen und zu verkaufen. Und momentan bin ich ein bisschen klappen. Du willst mich doch jetzt nicht ernsthaft fragen, ob ich dir Geld für deine Spekulationen leihe. Doch. Du hast sie doch nicht mehr alle. Eigentlich hatte ich mit ein bisschen mehr familiärer Unterstützung gerechnet. Du weißt doch gar nicht, was das ist. Kommt jetzt die Generalabrechnung mit dem Rabenvater? Damit bin ich schon lange durch. Bisher hatte ich bloß noch keine Gelegenheit, es dir auch mal ins Gesicht zu sagen. Wo warst du denn all die Jahre, hm? Ich weiß nicht, was für Weiber du dich diesmal rumgetrieben hast. Das geht dich in feuchten Dreck an. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Raus. Hör mal... Raus. Okay. Und danke für... Wir haben... Wir haben ... Wir haben ... Okay. Untertitelung des ZDF, 2020